Bist du aufgeregt? Nein, ich muss rein, ich freu mich ja. Bist du aufgeregt? Weil ich die Bahn so gehypt hab schon? Ja, doch bin ich. Weil du sagst nicht so toll. Deswegen freu ich mich. Okay, ich geh auch bis dahinten. Ja, ja. Das sind die... Nein, da hinten ist eine andere. Aber das hier vorne, diese ganzen Airtime-Hügel gehören zu dieser Bahn. Gefällt sie mir? Ich geh davon aus, dass sie dir gefallen wird. Sie wird wahrscheinlich Kolossus nicht verdrängen, aber den zweiten Platz könnte sie machen. Wuhu! 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 Wuhu!